Herzlich Willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich nehme euch heute mit zum Wandern nach Deutschland. Wir wandern gemeinsam mit Manuel Andrak, ein Name, den sicherlich einige von euch kennen. Manuel war lange Redaktionsleiter und dann Sidekick in der Harald-Schmidt-Show. Das ist aber mittlerweile wirklich lange her. Seitdem hat er sich einen Namen gemacht als Wanderfreund, als Wanderexperte, als Wanderbotschafter. Als jemand, der wirklich aus vollem Herzen und sehr ehrlich wandernd in Deutschland vor allem unterwegs ist. Hat viele Bücher geschrieben zum Thema Wandern, immer mit dem Fokus auf das, was vor unserer Haustür liegt, vor unserer Nase zu finden ist. Er hat aber nicht nur Bücher über das Wandern geschrieben, sondern immer wieder auch Kolumnen in Zeitschriften. Wirklich jemand, der das Wandern sehr positiv geprägt hat hier in Deutschland in den vergangenen Jahren. Und Manuel ist vor allem jemand, der wahrscheinlich fast jeden Wanderweg kennt in Deutschland. Ich wüsste nicht, wer ein besserer Gesprächspartner sein sollte, wenn es darum geht, ein paar Tipps, ein paar geheime Empfehlungen zu bekommen für Ecken, in denen es sich in Deutschland zu wandern lohnt, in die es sich mal zu reisen lohnt und mal genau hinzuschauen lohnt. Denn wir werden in dieser Folge auch darüber sprechen, was denn für ihn die Faszination am Wandern überhaupt ausmacht. Und da ist das genaue Hinsehen durchaus ein wichtiger Aspekt. Wie immer ist also eine Menge drin für euch in dieser Folge, ganz konkrete Tipps und viel, viel Inspiration. Ich möchte euch vorab einmal danken für eure Rückmeldung auf die Ankündigung der letzten Folge, in der ich erzählt habe, hey, der Abenteuerland-Film kommt jetzt in die Kinos. Der Film, der Dokumentarfilm von Kai Hattermann über meine Expedition durch Deutschland von der Zugspitze bis nach Sylt mit dem Stander-Pedalboard zu Fuß und auf dem Wasser durch diese vielen fantastischen Landschaften, die wir in Deutschland haben. Über das, was ich erlebt habe, das, was auch mit mir passiert ist auf dieser Reise. Dieser Film wird jetzt im Kino laufen, ab dem 22. Juni offiziell. Und das habe ich in der vergangenen Folge noch nicht gesagt. Am 13. Juni ist die große Premiere in Hamburg. Und dafür könnt ihr Tickets bekommen, wenn ihr möchtet. Einfach mal auf meiner Website vorbeigucken unter christophhoerster.com. Da findet ihr die entsprechenden Informationen. Wir werden auch nach dieser Premiere dann eine erste kleine Premieren-Tour machen durch Deutschland, wo wir selbst vor Ort sein werden, in vielen großen Städten. Und da sitzen wir gerade an der konkreten Planung dann auch im Juli, August nochmal viele Open-Air-Kinos auch besuchen und den Film da zeigen. Also bleibt da gerne am Ball. Am besten den Newsletter abonnieren, der diesen Podcast begleitet, damit ihr immer alle Infos aktuell bekommt. Diesen Newsletter, den gibt es unter christophhoerster.com slash frei raus. Diese Woche gibt es im Newsletter natürlich auch weiterführende Links und Infos zu Manuel Andrak, unter anderem zu seinem neuen Buch, das gerade erschienen ist, Wanderglück Deutschland. Ihr werdet seine Website in dem Newsletter finden, aber auch Infos zum Wandern in Deutschland ganz allgemein. Und zu den Dingen, die wir jetzt besprechen. Manuel, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei frei raus. Ja, hallo Christo. Fein, dass ich dabei sein darf. Grüße ins Saarland. Ist das richtig? Bist du im Saarland gerade? Ja, verrückt. Vor 15 Jahren bin ich ins Saarland gezogen und habe es immer noch nicht bereut. Aus Köln. Du kommst aus Köln, aus der großen Medienstadt Köln, wo du ja auch lange in den Medien aktiv warst. Wir kennen dich alle, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, viele junge Leute tun es nicht mehr. Aber aus der Harald-Schmidt-Show als Sidekick von Harald Schmidt. Aus der großen Medienstadt dann in das Beschauliche. Ja doch, wenn ich das so sagen darf. Saarland, ist das okay? Nee, nee, das ist völlig okay. Also das ist ja auch, hier im Saarland versucht man zwar immer so mit so Marketingsprüchen wie aus Klein entsteht Großes sich quasi größer zu machen, als man ist. Ich finde irgendwie den Spruch klein, aber sexy viel treffender. Also man zieht ja aus dieser Randlage auch Vorteile. Ja, beschaulich ist das eigentlich ganz gut getroffen. Also es sind super nette Leute hier. Tolle Wandermöglichkeiten, wo man in einer Großstadt also wirklich weit fahren müsste, um dann auch adäquat jeden Tag mit dem Hund zu gehen, habe ich das hier halt quasi wirklich vor der Haustür. War das ein Grund für dich, dorthin zu gehen, deine Wanderleidenschaft, die du ja schon länger hast? Nein, 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 nein. Das war nur ein Nebeneffekt. Es gibt ja zwei Gründe eigentlich nur den Wohnort zu wechseln. Job oder Liebe und bei mir war es zweiteres. Und nicht die Liebe fürs Wandern, aber da wollen wir nicht jetzt konkreter reingehen, das soll und darf und gerne privat bleiben. Aber du hast ja diese Leidenschaft oder diese Liebe, kann man vielleicht auch so bezeichnen, zum Wandern schon länger. Seit wann ist die da schon immer? Hat es sich durchgezogen, das würde mich jetzt sehr überraschen, von Kind auf bis dann ins Erwachsenenalter oder gab es da auch mal so einen Bruch und hast du das ein Stück weit irgendwann wiederentdeckt? Es gab in der Tat einen Bruch, der kam aber erst so mit der älteren Adoleszenz, sage ich mal, Oberstufenschüler und Student. Und tatsächlich war die Wanderleidenschaft schon als Kind da, erstaunlicherweise. Ja, so ein bisschen verhaltensgestört eigentlich. Aber immer, wenn die Eltern gesagt haben, wir gehen wandern, habe ich gesagt, ja, yes, okay, auf unser Abenteuer. Ja, meine, meine, meine Schwester, meine kleine Schwester, acht Jahre jünger, die hat dann eher so dem Klischee entsprochen, das Kind, das heult, wenn es in die Wälder geht und sich auf den Boden schmeißt vor Verzweiflung und nicht weitergehen will. Nee, aber ich habe das immer gerne gemacht. Ich habe das, also, ich habe dann meine Eltern natürlich gefordert. Ich sagte, ich will spannende Wege gehen. Das war halt das, was heutzutage die Kollegen vom Deutschen Wanderinstitut bei den Premiumwegen als besonders schön empfinden, nämlich schmale Pfade, die es durch den Wald schlängeln und wo man irgendwie nur zehn Meter weiter zur nächsten Ecke gucken kann. Und das fand ich schon als Kind super. Natürlich irgendwie jeder findet Forstwege, die geradeaus gehen, wo man sehen kann, wo man übermorgen schon ist. Das finde ich natürlich jeder langweilig. Aber nee, das fand ich richtig toll. Und ja, wie es dann so ist mit der Pubertät, hat man dann keine Lust mehr, weder mit den Eltern zu wandern, noch mehr überhaupt was mit den Eltern zu tun. Und als dann mein Leben doch wieder in ruhigeren Bahnen verlief, sage ich mal, mit Ende 20, Anfang 30, als ich auch noch eine selber Familie hatte, da habe ich das dann doch wiederentdeckt und seitdem sehr, sehr intensiv. Was ist das für dich am Wandern, was dir da Glück bereitet? Das ist jetzt eine sehr große Frage. Dein neues Buch, was jetzt erscheint oder schon erschienen ist, heißt Wanderglück. Und gleich im Vorwort lautet die erste Frage, was ist Wanderglück? Was ist es für dich? Also das lässt sich natürlich nur ganz individuell und persönlich beantworten. Also für mich persönlich ist schon ganz wichtig einfach die Bewegung an der frischen Luft. Also ich merke, dass ich fühle mich auch gut, wenn ich irgendwie meine 1,2 Kilometer geschwommen bin. Aber so richtig die Glücksmomente, die gibt es bei mir nur an der frischen Luft. Für mich bedeutet Wandern Abwechslung. Also selbst bei meinen Hundewegen jeden Tag achte ich darauf, dass ich nicht immer die gleiche Runde laufe. Und wenn ich dann eine richtige Wanderung mache, eine Tagestour, möglichst auf einem Weg, den ich noch nicht gegangen bin. Ganz klar. Und dann am Wegrand sind es halt die Faktoren, du hast ja schon mein neues Buch angesprochen, Wanderglück Deutschland. Die kann man im Prinzip sogar mit soziologischen, neurologischen Studien belegen, dass es wirklich Faktoren am Wegrand gibt, die einen glücklich machen. Ich sage jetzt nochmal so schnell, Burgen, Felsen, Tiere am Wegrand, aber ganz, ganz stark natürlich immer wieder genannt von Probanden, die ihr Glücksgefühl beschreiben sollen. Das Wasser. Das Wasser in all seinen Schattierungen, das wird auch jeder Wanderer kennen. Also wenn man da an so einem Bachlauf, an einem plätschernden Bach, an einem Wasserfall, an einer Quelle wandert, an einem See, egal ob das der Bodensee ist oder ein kleinerer Teich. Wenn man dann wirklich so dieses Bewegte, dieses lebendige Wasser sieht, ganz toll natürlich Wanderwege am Meer, wenn dann auch diese Weite dazukommt. Und ja, da habe ich dann in dem Buch jede Menge konkrete Beispiele und Wege am Meer, an der See, am Bach, an der Quelle zusammengetragen. Jetzt kann man ja das Wandern wunderbar auf so eine Meta-Ebene holen, was da alles passiert und was man für Gedanken hat und was das auch mit der Persönlichkeit, mit der Seele macht und so weiter. Man kann aber einfach auch hingehen und sagen, pass auf, ich gehe jetzt wandern, weil das ist schön, das macht mir Spaß. Was bist du so für ein Kandidat? Von welcher Seite gehst du da ran? Kommt drauf an. Es gibt natürlich wirklich Wanderungen. Also tatsächlich habe ich schon, das war auch, ich habe ja mal ein Wander-Comedy-Programm gemacht, antragskleine Wandershow. Und da brauchte ich irgendwie Ideen, so für so ein paar, ja, irgendwie jetzt eine Einkehr machen. Oh, habe ich keine Idee, was soll mir denn da Lustiges zu machen? Das habe ich mir dann regelrecht als Aufgabe für eine vier-, fünf-ständige, fünf-stündige Wanderung vorgenommen. Vorgenommen, ja, dir fällt jetzt was Lustiges ein zu diesem Thema, verdammt nochmal. Und ich habe dann versucht, meine Gedanken zu kanalisieren diesbezüglich. Es hat geklappt. Es hat hundertprozentig geklappt. Also wirklich so, das ist schon fast ein therapeutischer Ansatz. Die Ideenmanufaktur, ja, ist das Wandern. Aber, also wie gesagt, ich gehe jeden Tag anderthalb Stunden mit dem Hund. Und ich mache auch zwei-, dreimal die Woche längere Halbtagestouren, Tagestouren. Und da, wenn ich jetzt nicht eine konkrete Aufgabe habe, da irgendwie auch Fotos zu machen auf einem anderen Weg oder mir Gedanken zu machen, was ich da drüber schreibe, dann genieße ich das einfach. Und dann kommen entweder die Gedanken oder so kommen nicht. Aber das Wohlgefühl danach, ja, ist egal, ob ich jetzt einen Nobelpreis verdächtige Idee hatte oder ob es einfach irgendwie ein toller Tag war und ich gut gelaunt bin. Also das ist nun wirklich egal. Ich habe gerade angefangen, ein Hörbuch zu hören. Auch das heißt, glaube ich, der Creativity Factor ist ein Englischsprachiges, gibt es auf Deutsch gar nicht. Und das ist auch geschrieben von jemandem, der seit Jahrzehnten, glaube ich, auch mit Führungskräften und so rausgeht und wandern geht, um eben genau diese Kreativität zu befeuern, was offenbar sehr gut funktioniert. Also ganz konkret hinzugehen und sagen, jetzt gucken wir mal, was, also auf jeden Fall funktioniert es besser als in vier Wänden oft. Ja, ja, absolut. Ich habe ja auch in meinem Buch ein Zitat von Sören Kierkegaard vorangestellt, dänischer Philosoph. Der hat gesagt, also alles, was ich je gedacht habe und der Mann hat ja vieles Schlaues gedacht. Also alles, was ich gedacht habe, das habe ich im Gehen und nicht im Sitzen erdacht. Und auch alle Probleme, die ich hatte, die habe ich mir sozusagen beim Wandern weggewandert. Das kann ich halt nur hundertprozentig unterschreiben. Ich musste schmunzeln, als ich das gesehen habe, weil ich gerade vor zwei Wochen, und ich habe einen Newsletter, der Sie diesen Podcast begleitet, da ist immer ein Zitat der Woche drin. Und da war genau das von Kierkegaard auch drin. Meine besten Gedanken habe ich mir erwandert. Ja gut, also ich habe ja da nicht, das beweist ja nur, dass es echt ist, das Zitat, wo da zumindest immer weitergegeben wird. Klar, ich habe da ja auch keine Exklusivrechte drauf, aber ich fand es halt super, als ich das gelesen habe. Also auch Goethe hat sich ja auch entsprechend dazu geäußert. Also sinngemäß, man hat ja nicht gelebt, wenn man sich nicht alles erwandert hat. Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre, also ich meine, das ist ja eben auch die ursprüngliche Idee von Bildung. Also das habe ich auch lange gebraucht, in einem Oberseminar bei Germanistik zu begreifen, dass der Bildungsroman nicht jemanden beschreibt, der viel über Büchern sitzt und in der Schule und in der Universität ganz doll viel lernt, sondern die Bildung besteht immer da drin, auf Reisen zu gehen, rauszugehen, ja, und neue Erfahrungen zu machen. Und ich habe es eben schon erwähnt, das ist auch irgendwie, finde ich das Tolle beim Wanderer. Also das ist egal, ob ich jetzt lieber mehr Tagestouren mache oder ob ich Tagestouren mache, ob ich sportlicher Wanderer bin oder Genusswanderer. Ich würde mal sagen, dass alle diese Wanderer doch eint, dass sie eben immer die Abwechslung suchen, dass sie neue Regionen und Landschaften kennenlernen wollen, ob in Deutschland, in Europa oder noch in anderen Kontinenten oder auch in ihrer eigenen Region. Also wenn ich jetzt hier im Saarland sehe, wie viele Premiumwege es gibt, sind glaube ich 75, mittlerweile habe ich sie aber alle abgelaufen, aber ich habe immerhin fast 15 Jahre dafür gebraucht. Und das war da nicht irgendwie zu sagen, ja, der ist so geil, der Weg, den laufe ich jetzt einmal im Monat. Nee, da gehe ich halt dann auch mal einen Weg, der vielleicht auch irgendwie nicht so toll ist, wo ich aber dann sagen kann, ja, Mensch, auch da habe ich wieder irgendwas mitgenommen, was ich vorher nicht gesehen habe. Und das finde ich beim Wandern ganz, ganz entscheidend. Ja, du hast den germanistischen Hintergrund, glaube ich, mehr als ich, aber Bildung vermutlich kommt von sich ein Bild machen ja auch. Völlig richtig, ganz genau. Mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Und deswegen sind bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen auch meine Glücksfaktoren, meine Glückselemente, die ich in dem Wanderglückbuch beschreibe, sind, wie du richtig sagst, die sind optischer Natur. Ich sehe die Felsen, ich sehe den Gipfel, ich stehe auf dem Gipfel und habe diese fantastischen Ausblicke. Und das, ja, wie es so schön esoterisch heißt, macht etwas mit uns. Wie wichtig ist für dich Kultur, also die kulturelle Einbindung, die ja in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Also wenn wir jetzt unsere Landschaft, unser Land da draußen, unsere Natur vergleichen mit den weiten Kanadas oder Skandinaviens, dann haben wir dann doch ja vielmehr eine kulturelle Verknüpfung. Also Natur und Kultur, die sich irgendwie zu etwas ganz Besonderem ja auch hier bei uns zusammentun. Spielt das für dich auch eine Rolle, wenn du unterwegs bist, da drauf zu gucken? Absolut. Also ich hätte vielleicht früher noch gesagt, das ist eigentlich nur die Natur, die mich begeistert. Aber ich denke immer mehr, die entweder kulturelle Verknüpfung, die man in der Natur sieht, oder auch wirklich Kulturzeugnisse, ich sage jetzt mal irgendwie eine dolle Burg wie die Burg Elst, das begeistert mich wirklich. Und es ist genauso, wie du sagst, es gibt so ein paar Enklaven, also das Wattenmeer. Und danach hört es schon sehr, sehr, sehr schnell auf. Vielleicht auch noch irgendwie Nationalpark Bayerischer Wald oder sowas. Aber dann hört es ganz, ganz schnell auf. Und alles, was man auch so subjektiv, das ist ja auch quasi durch die Natursoziologie nachgewiesen, was so die Menschen als schön empfinden. Die empfinden ja schöner als einen dichten Wald, so eine Wiese mit einem alleinstehenden Baum oder einer Baumreihe, also dass es so ein bisschen strukturiert ist, aber eben nicht so eintönig wie jetzt so ein Fichtenwald zum Beispiel. Und das ist natürlich alles Kulturlandschaft. Da haben dann Leute Wälder abgeholzt und dann da was, ein Feld gepflanzt oder eine Wiese wachsen lassen, um Futter für ihr Vieh zu haben und auch die meisten Flüsse. Wenn wir am Rhein wandern, dann ist der natürlich kanalisiert worden irgendwann. Und wenn wir an einem kleineren Bach wandern, ist der lustigerweise renaturiert. Und in diesem Wort steckt ja, da hat ja eine zweifache Veränderung stattgefunden. Ja, erstens mal ist dieser, dieser Bach, ja, war der mal im Naturzustand. Dann wurde der kulturell, weil man gesagt hat, auch hier irgendwie kann man eine Mühle betreiben oder weiß ich nicht was, wurde der kanalisiert oder teilkanalisiert. So und jetzt sagt man heutzutage, weil man auch die Erfahrungen hat mit schlimmen Hochwassern und so, also wir halten mal so ein paar Überflutungsflächen frei und sorgen dafür, dass der so sich wieder verschlingen kann, weil da auch wieder die Artenvielfalt von profitiert, bla bla bla. Aber ich meine, wenn man das mal gesehen hat, hast du das mal gesehen, wie so ein Bach renaturiert wird? Ja, gleich bei mir um die Ecke, in meinem Hauswald quasi, ich lebe in Hamburg, wird so ein Bachlauf gerade renaturiert und es ordentlich arbeitet. Da ist, also da ist schweres Gerät dran, also da wird richtig, da sind die dicksten Bagger und da wird richtig Erde von links nach rechts und so, das ist ein Kunstwerk im Endeffekt. Und mit Natur hat das nichts mehr zu tun. Oder anderes Beispiel habe ich auch in meinem Wanderglückbuch, was selbst wenn man Antialkoholiker ist, doch wirklich vom Optischen her wunderbar ist, durch den Weinberg zu gehen. Das ist natürlich alles Kulturlandschaft. Das wurde natürlich in irgendwelche Steillagen oder in Schieferlagen oder egal was für ein Boden, wurde das durch den Menschen angepflanzt und da ist jetzt quasi ein Weinfeld draus geworden aus dem ursprünglichen Schieferberg und trotzdem findet man das schön, auf jeden Fall. Das kann auch ein schöner Anlass sein, genau da drauf mal zu gucken und deswegen rauszugehen. Mir ist ja immer dran gelegen, den Hörerinnen und Hörern auch Anlässe zu geben, da doch mal öfter rauszukommen oder wieder rauszukommen. Weil man oft sagt so, ich müsste eigentlich, ich schaffe es nicht und ich weiß, es ist gut jetzt für mein Fitness und so. Aber eben nicht nur das und vielleicht auch nicht zu sagen, du musst jetzt da was für Gedanken entwickeln, sondern geh doch mal raus und versuch mal zu verstehen, wie das da funktioniert. Die Gegend auch, wo du durchläufst oder wie die entstanden ist, was sich da abgespielt hat. Das kann ja total spannend sein und auf einmal ist man da viel mehr drin und denkt gar nicht über das nach, was jetzt alles das Wandern bewirken soll bei einem, sondern man ist quasi im Flow. Man fragt gar nicht, warum ist das jetzt gut für mich, sondern es ist ja spannend dann in dem Moment. Absolut, absolut. Und ganz, ganz wichtiger Aspekt, also ich unterschreibe das hundertprozentig, was du gerade gesagt hast, aber auch so dieses, ja und ich habe keine Zeit und rauszugehen, da muss man ja dann einfach sagen, warte nicht da drauf, bis du irgendwie wochenlang Zeit hast, um nach Patagonien zu fliegen oder aufs Himalaya-Hochplateau oder auf Madeira zu wandern oder in den Alpen oder weiß ich nicht was. Mach es vor der Haustür, ja. Es gibt nichts Schöneres als eine Afterwork-Wanderung im Frühling oder Sommer, Freitagnachmittags, abends, ja. Ich meine, wir haben das ja jetzt schon bis halb neun, neun, bald bis zehn hell. Man kann auch mal um fünf oder um halb sechs loswandern, eine kleine Tour. Und es ist, ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist in Hamburg, ein Wanderkumpel von mir wohnt auch in Hamburg. Ursprünglich kommt er aus Franken, hat er natürlich ganz andere Wandermöglichkeiten und ist auch so ein Alpenfan. Aber der sucht sich auch seine Enklaven da im Hamburger Umland und da gibt es tolle Sachen. Ich werde mir das jetzt hier für die Wanderglücklesung, bin ich auch in Hamburg und am nächsten Tag werden wir da auch so eine Halbtagestour machen. Dann wird er mir irgendwas zeigen, wo ich möglichst viel Wanderglück erlebe. Also es gibt keine Ausrede. Es gibt bei jedem und gerade bei Hamburg denkt man, oh Mensch, superflach, kein Mittelgebirge, Millionenstadt, Großstadt. Wo soll man denn da wandern? Da kann man ja höchstens irgendwie ein Einkaufsburg machen oder spazieren gehen. Ne, also abgesehen davon, dass irgendwie einmal um die Außenalster auch besser ist, als zu Hause zu hocken. Aber auch da gibt es irgendwie traumhafte Ecken, tausendprozentig. Ja, und es gibt ja viele Anlässe, warum man da rausgeht. Einige lieben ja auch dann diese körperliche Anstrengung. Da habe ich gerade gelesen, bist du nicht im Team körperlicher Anstrengung, dass es richtig hart wird, sondern du bist eher, du guckst schon ein bisschen skeptisch, das ist gut. Da kannst du gleich die Gegenrede starten. Aber so ist es zumindest bei mir angekommen. Sagst du, bist eher der Genusswanderer? Also das auf jeden Fall. Also wenn man jetzt irgendwie Unterscheidung macht zwischen sportlichen Wanderern und Genusswanderern, bin ich jetzt eher im Team Genusswanderer. Mittlerweile, also bei meinem ersten Wanderbuch, war der Tenor von den meisten Wanderungen, die ich da gemacht habe, alle Mittelgebirge, schneller, weiter, höher. Also alles unter 30, 35 Kilometer ist Kindergeburtstag und da muss man sich ja nicht die Wanderschuhe schnüren. Und ich dachte so, ja, und auch ohne Blasen nach Hause zu kommen, dann bist du ja gar nicht richtig gewandert. Und mittlerweile denke ich, also aus dem Alter bin ich raus, das ist völliger Quatsch. Ich habe dann auch mal so Events mitgemacht, 50 Kilometer am Stück wandern und habe mich dann am Ende gefragt, warum eigentlich? Und das war dann eben diese Kilometerfresserei nicht das, was ich unter Wandern verstehe. Eben auch sich mal Zeit zu lassen, für einen Einkehr zum Beispiel, können wir gleich noch drauf kommen. Aber jetzt auch so ganz unanstrengend muss es auch nicht sein. Also vorgestern war ich noch in Luxemburg, da ist natürlich sehr, sehr bekannt durch das Müllertal und die tolle Felsengegend, aber da gibt es im Norden die Region, heißt Eisleck, Eisleck auf Deutsch. Und das ist so, Fianten ist dabei und die luxemburgisch-belgische Grenzregion, die Sauer und so weiter. Und da gibt es traumhafte Wanderwege, aber den Wanderweg, den ich da gegangen bin, 11,5 Kilometer, aber so an die 500 Höhenmeter. Und das war schon heftig, also richtig heftige Steigungen. Und da muss man auch sein Tempo finden und nicht überpacen und das macht natürlich schon Spaß. Also nur um auf mein neues Buch Wanderglück nochmal zurückzukommen. Also das habe ich natürlich bei der Kategorie Gipfelglück, das ist ja quasi sprichwörtlich, geschrieben, dass da natürlich auch der sportliche Faktor dazukommt. Also auf dem Gipfel im Zweifelsfall ist es anstrengender hochzukommen. Und da gehört es natürlich zu dem Glücksmoment und zu der Befriedigung oder wie man das nennen will, es geschafft zu haben. Und also diese Höhe überwunden zu haben und da oben jetzt zu stehen und diese Blicke zu haben. Und da, also jetzt ganz unsportlich ist es auch nicht. Also das finde ich schon, dass man da auch mal irgendwie den Puls hochjagen sollte und auch mal ein bisschen schneller wandern kann. Aber wie gesagt, nicht übertreiben. Also ich habe seit weit über zehn Jahren mir keine Blase mehr gelaufen und das finde ich jetzt mittlerweile auch keinen Makel mehr. Ja, sind wir fast wieder beim Kindlichen, was ja auch so ein spielerisches immer ist. Also ein Kind wandert ja auch nicht, also hat dann keinen Spaß, wenn es einfach durchwandern muss die ganze Zeit. Sondern da ist auch mal ein Abschnitt dabei, da heißt es irgendwie richtig Gas zu geben, weil es auch in dem Moment Spaß macht, weil man irgendwo hin möchte. Und dann aber auch wieder ausruhen und ein bisschen Blümchen pflücken. Ja, genau, das ist sehr, sehr gut auch das Beispiel bei den Kindern, weil eben das Ebene und Gerade, das finden die natürlich langweilig. Und wenn dann so ein Weg ist, das hat auch meine Kinder immer begeistert, wenn es dann so ein Felsenweg ist, natürlich muss man da auch ein bisschen klettern. Da gibt es vielleicht dann auch mal ein Seil, wo man sich an der Seite festhalten kann. Und das geht nicht gerade und nur bergab, aber das finden die klasse. Und das ist genau, wie du sagst, es ist die Mischung, die macht es. Also eben dann Anstrengung, aber dann auch wieder Kontemplation, sich mal auf eine Bank setzen, die Augen zumachen, einfach auf die Geräusche des Waldes zu gucken. Das ist ja dann doch auch ein Faktor von Bildung, obwohl man es nicht sieht, sondern halt einfach hört. Also ich meine, wir haben jetzt beide Kopfhörer auf, damit du einen geilen Ton hast für deinen Podcast. Aber es gibt ja tatsächlich auch Leute, die treffe ich, naja gut, meistens joggend, aber einige so tatsächlich auch wandernd mit diesen weißen Ohrstöpseln von Apple im Ohr. Und dann hören die sich wahrscheinlich deinen Podcast an, ja. Natürlich, alle, ja klar. Aber, naja, also ich denke mir, Kinders, wisst ihr eigentlich, was ihr da verpasst? Also selbst der Podcast von Christoph Förster kann nicht so doll sein, dass man da nicht irgendwie, die Waldgeräusche sind einfach besser, Punkt. Ne, bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Also kann ich auch nicht, ich bewundere das nicht, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen das tun, dass das auch irgendwie für die funktioniert. Ich habe das schon auch mal ausprobiert und dann habe ich mir mal irgendwie so ein Lied angehört und dann habe ich sofort wieder das Ding rausgemacht, weil ich kann das nicht und will das nicht. Und schon auch so auf einem Fahrrad, so ein Navigationsgerät, wo ich dann immer drauf gucke, ich mache das aus, das funktioniert nicht für mich da draußen. Aber für wen es klappt, mein Gott. Aber ich kann auch nur dazu anhalten, doch mal das Ding auch rauszunehmen und die Kopfhörer und das mal anders zu versuchen. Ich glaube, das sollte man zumindest mal tun, sich ein bisschen mehr einzulassen auf diese Sinneswahrnehmung. Ja, also abgesehen, mir fällt noch ein anderer Aspekt ein, abgesehen davon, dass man auf die Naturgeräusche verzichtet, ja, Blätter rauschen, Bach, Gurgeln, Vögel und so weiter, beschränkt man auch das, beschränkt man auch irgendwie dieses Gedankenkino. Weil das hat ja oder kann auch eine musikalische Variante haben. Also ich habe das ganz oft, dass ich dann irgendwelche Ohrwürmer habe von Songs, die ich, keine Ahnung, seit Jahren nicht mehr gehört habe zuletzt. Also da habe ich mich, da muss ich mich echt zwingen, dass ich jetzt mal, ich will den Ohrwurm nicht, ich will den Ohrwurm nicht. Da hatte ich Bonny Tyler als Ohrwurm, ja, die fand ich schon immer grässlich, ja, mit ihrer Stimme. Und dann ist mir das irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen, ja, furchtbar. Bleibt es im Kopf oder singst du dann tatsächlich auch? Nein, 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 um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich kenne das von mir, also ich fange an, irgendwelche Lieder zu singen, wenn ich da draußen unterwegs bin und hoffe, dass es keiner hört. Ja, nee, 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 also ich bin kein Waldsinger, aber ich, die kreisen mir dann im Kopf, wie halt so ein Ohrwurm ist, ne. Andererseits ist mir, das ist mir gerade die letzten Tage noch aufgefallen, also wenn ich so total glücklich rumwandere, ich bin jetzt auch nicht so ein Pfeifer, aber wenn ich dann Pfeife, Pfeife, dann ist es immer das gleiche Song, ist immer der gleiche Song, Brasil. Und komisch, aber immer nur das. Das ist ja auch so ein Effekt, wenn du dann eben so einen Song auf dem Ohr hast, dann singst du ja nicht irgendein anderes Lied oder fängst an zu pfeifen, ganz klar. In deinem Buch habe ich auch etwas gefunden, das hatte ich so noch gar nicht vorher gesehen, das mag auch daran liegen, dass ich da eine Bildungslücke habe, aber die sogenannten Leistungskilometer eines Wanderweges. Gibt es das tatsächlich so oder ist das was, was du dir erdacht hast, also wo eine Verbindung hergestellt wird zwischen der Länge eines Wanderwegs und den Höhenmetern? Ja, ne, das ist nicht meine Erfindung, das habe ich geklaut von dem Wanderportal ich-ge-wandern.de, ich gehe wandern, ist quasi ein kleineres Portal als Autoactive und Komoot, aber ich benutze das ganz gerne, weil die ein schönes Kartenmaterial haben, mit dem ich irgendwie immer gut arbeiten kann und die auch alle guten Wege eigentlich in Deutschland versammelt und abgedeckt haben. So und da stehen dann, wenn es da die Daten gibt zu den Wegen, ist eben nicht nur Länge des Weges und Höhenmeter und dann ist auch noch natürlich bei den Höhenmetern ist noch so eine Grafik, wo geht es runter, wo geht es hoch, sondern die haben das im Prinzip zusammengerechnet und schreiben die Leistungskilometer hin. Also wenn ich in Hamburg sehr, sehr flach, quasi bei null Höhenmetern zwölf Kilometer wandere, dann sind das zwölf Leistungskilometer. Wenn ich aber bei meiner Wanderung in Luxemburg an der Sauer 11,5 Kilometer wandere und 500 Höhenmeter dazu habe, zählt nochmal pro 100 Höhenmeter ein Leistungskilometer dazu und dann entspricht das 16,5 Kilometern. Das heißt, und mir leuchtet das absolut ein, also man kann nicht sagen, wenn ich 11 Kilometer im Flachen wandere oder 11 Kilometer in Sonne, das ist ja nicht das Gleiche. Also das entspricht dann eben 16 Kilometer im Flachland und damit operiere ich dann. Also ich fand das irgendwie auch ganz schön. Ich habe das ja in meinem Buch im Vorwort geschrieben, dass man quasi sich selber so ein bisschen einschätzen kann. Was traue ich mir zu und was nicht? Es gibt ja auch viele Wanderführer, die operieren dann so mit Kategorien wie leicht, schwer, mittelschwer und sowas. Und das finde ich immer, ja. Ist ein bisschen vage ja auch. Es ist nicht einheitlich, also man kann sich nicht richtig darauf verlassen. Also dann hat der Wanderführer-Autor, ist dann irgendwie so ein Wandertier. Also ich habe schon in Wanderführern 27 Kilometer im bergigen Profil als familienfreundlich und mittelschwer gesehen. Und wo ich sagen muss, Kinder, was sind das für Familien, die das gehen? Da denke ich, ich habe halt so grob gesagt, also Wanderanfänger mal unter 10 Kilometer, so wenn man schon ein bisschen geübter ist, so 10 bis 20 Kilometer am Tag. Und ja, wenn man so richtig fit ist, kann man natürlich auch mehr als 20 Kilometer am Tag gehen. Aber dass dann da jeder so sein Ding findet einfach. In dem Buch ist eine Kategorisierung vorgenommen, hast du das eben schon kurz angesprochen. Es gibt das Gipfelglück, das Meeresglück, das, ich habe es jetzt gar nicht alles vor Augen, aber viele, viele ganz, ganz schön vorgenommene Kategorien, finde ich, die nicht einfach nur nach Regionen eingeteilt sind. Und wenn wir trotzdem mal schauen auf Regionen, um das ein bisschen einzugrenzen, ich würde ja von dir gerne konkrete Tipps mal haben für Wanderwege, vielleicht Geheimtipps für den Norden, für den Osten, für den Süden, für den Westen oder wir können auch gerne eine andere Kategorie nehmen. Aber vielleicht finden wir so drei wirklich Wege, wo du sagst, also auf Deutschland verteilt, ja, guckt euch die mal an, sind vielleicht nicht die bekanntesten, haben mir super gut gefallen. Warum auch immer, vielleicht, um das Thema nochmal aufzugreifen, weil auch man da gut einkehren kann, ja, warum auch immer. Aber kommen dir da welche in den Sinn, so in diesem, es sind ja viele, viele, viele in dem Buch und ich weiß, es ist immer schwer zu sagen, ach, was ist jetzt dein Lieblingsding? Muss gar nicht dein Lieblingsding sein, sondern was, welche kommen dir in den Sinn, wenn ich dich so frage? Also ich gehe jetzt mal, also jetzt von den Wanderwegen aus sind ja das meiste in den Touren, in dem Buch Tagestouren und jetzt nicht so diese Weitwanderwege. Ich finde es auch gar nicht schlimm, irgendwo zu gehen, wo es nicht geheimtippig ist. Also zum Beispiel Sächsische Schweiz, das lohnt sich immer. Also es gibt keinen schlechten Weg in der Sächsischen Schweiz. Das ist halt im Zweifelsfall alles sehr, sehr abenteuerlich durch diese Felsenlandschaft. Also ein bisschen mehr Geheimtipp sind die Premiumwege und kurzen Premium, Premium Spazierwanderwege in der Wasserwanderwelt. Das ist ein Gebiet Mars-Schwalm-Nette im Westen von Nordrhein-Westfalen, holländisches Grenzgebiet. Gibt auch Wege in diesem Wegecluster, so nenne ich das jetzt mal, die auf holländischer Seite sind. Und das Sensationelle daran ist, das sind halt sehr, sehr abwechslungsreiche Wege mit tollen Pfaden, auch eben vom Wanderinstitut als Premiumwege zertifiziert, die aber komplett im Flachen stattfinden. Also da gibt es halt kein Gipfelglück, aber dafür gibt es anderes Glück. Zum Beispiel jede Menge Wasserglück. Und das ist also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Dann eigentlich, ja, muss ich jetzt nennen, weil es quasi die heimlandlichen Gefilde sind, also sowohl von Köln aus gesehen als auch vom Saarland aus gesehen, Eifel und Hunsrück, die sich so ein bisschen ähneln. Da hat man sowohl die Flusslandschaften an der Mosel, da hat man, die sind halt einfach wahnsinnig abwechslungsreich. Also man hat da Felsengegenden in der Eifel, man hat Moorgegenden, man hat die Seen, die Mahre, man hat tief eingeschnittene Täler wie das Elztal, wie das Endertal. Man hat eben auch jede Menge Burgen, wie zum Beispiel die Burg Elz, für mich die schönste Burg Deutschlands. Also die Eifel sollte man sich halt nochmal genauer angucken, auch von Hamburg aus, durchaus. Ich bin auch schon mit Hamburgern da gewandert, die sagen, boah, da muss ich ja gar nicht so weit fliegen, alter Herr. Und als drittes, du wolltest ja drei haben, ich habe die Sächsische Schweiz genannt, das reicht. Da bin ich im Mai, wenn wir da noch ein bisschen konkreter reingehen, hast du da in der Sächsischen Schweiz, klar, ist alles schön, was du sagst, aber wenn du da bist, eine Woche, ich werde wahrscheinlich eine Woche da sein, guck dir auf jeden Fall mal die Ecke an, ist was im Kopf? Ja, also natürlich die Klassiker, also du kannst nicht in der Sächsischen Schweiz gewesen sein, ohne Bastei, Schrammsteine, Fest und Königstein. Das sind die Muss und im Prinzip, da gibt es als Weidwanderweg den Malerweg, der beide Elbseiten bespielt. Und ja, da gibt es halt irgendwie noch Bad Schandau, Kuhstall, noch so ein paar Affensteine, also so ein paar Highlights, die aber der Malerweg alle abgeht. Der heißt halt so, weil nicht nur Kaspar David Friedrichs, sondern auch andere Maler da immer ihre Bildmotive, das sind wir wieder bei Bildung, gefunden haben und also wenn man denen geht, dann ist man gut bedient. Was man auf jeden Fall, das gehört jetzt nicht zum Malerweg, was man auf jeden Fall machen sollte, ist auch noch mal auf der böhmischen Seite zu gucken. Präbisch-Tor ist so eine fantastische Felsenlandschaft, die übrigens auch, habe ich auch in meinem Buch jetzt in dem Neuen geschrieben, auch Filmkulisse war. Also es gibt viele Hollywood-Filme, die Geheimnis von Narnia zum Beispiel, die wurden in der Sächsischen beziehungsweise in der böhmischen Schweiz gedreht, meistens im Winter, das hat dann sowas Märchenhaftes, diese wirklich bizarren Sandsteinformen. Und auf der böhmischen Seite, also Präbisch-Tor und der totale Hammer ist die Kahnfahrt in der Edmundsklamm. Also da geht man diese Edmundsklamm lang, am Ende auf Holzstege, Klamm gleich enge Schlucht und die wird immer enger und enger und enger und irgendwann ist kein Wanderweg mehr da, sondern einfach nur noch Wasser. Und da steigt man dann in so ein Boot um und weil es im Zweifelsfall ja doch nur deutsche Touristen sind, kann natürlich der Bootsführer auch perfekt so ein Schweiger Deutsch. Und erklärt einem dann, und jetzt ist der Fels in der Oben, ist Großfamilie, ihr seht Oma, Opa, Mutter, Vater und drei Kinder und hier ist Krokodil und so. Irgendwas, irgendein Felsen, hieß früher Brezhnev, den kennt jetzt keiner mehr, der hat jetzt einen anderen Namen. Also das ist wirklich fantastisch, das ist ganz, ganz, ganz großes Kino. Gibt es denn überhaupt in Deutschland noch Regionen, in denen du noch nicht so warst, die du nicht so erwandert hast? Eigentlich nicht. Ich war schon im kleinsten deutschen Mittelgebirge, im Zittauer Gebirge, auch sehr lohnenswert. Also was man doch noch irgendwie, was auch nicht zu überlaufen ist, doch noch preisen sollte, ist die Rhön. Das war lange so ein weißer Fleck auf meiner Wanderlandkarte, aber jetzt war ich doch da öfters. Ja, in der Mitte von Deutschland gelegen, größtenteils in Hessen, aber auch in Thüringen und in Bayern. Also es gehört alles zur Rhön. Und was da das Besondere ist an diesem Mittelgebirge, dass es unfassbar offen ist. Also da wird bis heute dann noch durch exzessive Schafbeweidung, wachsen da jetzt nicht die dollen Wälder. Und deswegen, wenn du da dein Gipfelglück genießt, da kannst du wirklich fast bis zum Nordpol und bis zum Südpol gucken. Und das ist unglaublich. Haben wir vorhin schon gesagt, wir werden vielleicht nochmal über das Einkehren sprechen. Sollten wir vielleicht zum Abschluss noch einmal tun, das Einkehren? Und welche Bedeutung hat das für dich beim Wandern? Also eine ganz fundamentale Bedeutung. Also ich gehöre ja zu den Wanderern, die am liebsten einfach loswandern, wenn sie schon die Einkehrmöglichkeit vorher ausbaldovert haben. Also wenn ich dann die Möglichkeit habe, weil ich ja eben bei der Recherche auch mein eigener Herr bin und gucken kann, wann ich losgehe, dann richte ich mich da durchaus nach den Öffnungszeiten. Also ich bin ja kein Amateur, ich gehe ja nicht los und freue mich auf die Klosterbrauerei und dann hat die gerade Ruhetag, wenn ich da bin. Nix da, nee, nee. Im Zweifelsfall, wenn er sich auf der Hauptmeld steht, wird er angerufen, wann habt ihr offen, kann ich auch mittags ein Bier trinken. So und dann entweder eine Mittagseinkehr. Auch das ist ja irgendwie unter, wenn man jetzt Wandern als Sportart ansieht, was es ja nicht ist, weil es geht ja eben nicht um höher, schneller, weiter und die Zeit nochmal zu knacken. Aber wenn man doch den sportlichen Aspekt sieht, ist das ja doch eine Tätigkeit, wo man durchaus mal mittendrin eine Pause mit einem Bier machen kann und danach geht es weiter. Ja, die Speicher müssen ja wieder aufgefüllt werden, die Kohlenhydraten. Ja, genau, diese Ionen und so, natürlich, selbstverständlich. Und wenn du das aber in der Mitte von einem Marathon machst, dann weiß ich nicht, wie gut das auf der zweiten Hälfte kommt oder deinem Körper gut tut. Beim Wandern geht das, Schlusseinkehr, genau, das ist ja auch noch eine Zwischeneinkehr empfiehlt sich auch sehr, wenn man eine größere Rundtour macht und mit dem Auto da ist. So, Schlusseinkehr und dann mit dem Auto nach Hause fahren, vielleicht nicht so schlaue Idee, aber wenn du dann mittendrin, dann kannst du es dir ja irgendwie auf den restlichen zehn Kilometern wieder wegwandern und dann steigst du stocknüchternd wieder ins Auto. Also, Bingo, Win-Win-Situation. Ja, und das ist wirklich für mich wichtig, vor allem ist es mir wichtig, um eben da auch den regionalen Aspekt auch bei der Einkehr zu leben. Ja, also bei meinem ersten Wanderbuch 2005 erschienen, Du musst wandern, habe ich eine bitterböse Leserzuschrift bekommen, Leserinnenzuschrift in dem Fall und die hat gesagt, ich wäre ja gar kein richtiger Wanderer, ich würde ja ständig einkehren. Der richtige Wanderer, der hätte Rucksackverpflegung dabei. Und ja gut, das habe ich so mild lächelnd abgetan, nach dem Motto, wie der Kölscher sagt, jeder Jeck ist anders. Mittlerweile bin ich da ein bisschen altersstur und sage, Rucksackverpflegung, nein danke. Also ich finde es ein richtiges Verbrechen. Es fehlt ein Teil der Bildung. Ja, also ich mache mich auf, sagen wir mal, du mal ein Beispiel, du bist jetzt in der Sächsischen Schweiz und hast dir aber, so weit weg ist das ja nicht von Hamburg mit dem Eurocity und bei deiner ersten Wanderung nachmittags, hast du dir noch dein Butterbrot zu Hause geschmiert. Ja, was für ein Quatsch. Du musst natürlich da oder dir auch was zu trinken mitgenommen aus Hamburg. Dafür bist du dann da, eben nicht nur die regionale Natur, die regionale Landschaft zu genießen, sondern auch Quarkkeulchen zu essen und Radeberger Bier zu trinken. Also man muss dann diese Region auch schmecken. Das weiß ja jeder aus der Toskana, dass der Wein da anders schmeckt, als wenn ich ihn zu Hause aufmache. Und genauso schmeckt das Bitburger in der Eifel anders als irgendwo anders in Deutschland. Das ist einfach so. Und habe ich jetzt genug Marken genannt? Nee. Ja, also deswegen bin ich jetzt militanter. Ich klebe mich sozusagen fest gegen die Rucksackverpflegung. Ja, aber ich finde das ein total wichtiger Punkt, weil wir oft so denken, wenn wir dann ins Ausland auf irgendwelche großen Reisen fahren, wir wollen jetzt da diese Kultur kennenlernen. Und wir sind dann auf einmal ganz offen anderen Kulturen gegenüber. Und nun sind wir in Deutschland und haben ja auch unterschiedliche Kulturen. Und das ist im Prinzip das Gleiche. Da zeigt sich das oft, wie offen wir jetzt wirklich sind. Ja, ja, ja. Nee, aber man muss sich da diese Offenheit eben auch gegenüber Deutschland. Und ich meine, da ist es ja ganz offensichtlich. Also bei den Bieren auch, bei den Weinen. Also wenn man sich die Weingebiete anguckt, die ja große Unterschiede haben. Aber gerade bei den regionalen Spezialitäten, das ist ja, da muss man ja nur in Regionen, die vielleicht nur 100 Kilometer auseinander liegen. Da sind aber die Spezialitäten ganz, ganz unterschiedlich. Und außerhalb dieser Region hat da ja, also ich meine, hast du mal schon mal Lippischen Pickard gegessen? Nee. Siehst du? Ist übrigens ein süßer Pfannkuchen, den man mit Leberwurst isst und Rübenkraut. Klingt, ich sag mal, interessant. Interessant, genau. Hat mir aber besser geschmeckt als gedacht. Egal. So, und das sind so Sachen, also jeder im Lipperland, also rund um Detmold, kennt den Lippischen Pickard. Aber eben 50 bis 100 Kilometer davon entfernt sagt man, hä? Und wenn man dann da doch vor Ort wandert, zum Beispiel beim Hermannsdenkmal, dann ist es doch Quatsch, auch sich Fritten mit Schnitzel wie einer Art zu bestellen. Sondern dann heißt es halt auch, Lippischer Pickard, ich komme. Und du hast eben kurz angesprochen, oder es kam immer zwischendrin mal wieder rein, also A, mit dem EuroCity in die Sächsische Schweiz fahren, in die Sächsische Schweiz, so ein schweres Wort. Oder auch das Thema Auto hatten wir eben, steigst du in dein Auto, fährst dann zurück. So, die Anreise zum Wanderziel, auf die Wanderroute. Ich weiß, du hast auch, glaube ich, Kooperationen gehabt mit dem Nahverkehr, glaube ich, im Rheinland. Das ist für dich auch ein wichtiges Thema. Und ich habe ja auch irgendwann mal diese Idee der Mikroabenteuer oder diesen Begriff so ein bisschen mitgeprägt in Deutschland. Und da war für mich eine Regel immer, und es ist bis heute, auf so einem Mikroabenteuer benutze ich kein Auto. Also da möchte ich irgendwie gucken, wie komme ich da anders hin. Und das ist für mich schon immer ein bisschen Teil des, da bin ich gleich in so einem Expeditionsmodus drin. So, wie komme ich denn jetzt dahin, wie mache ich denn das? Wie wichtig ist dir das, doch immer wieder auch zu schauen, ich verzichte auf das Auto, weil das ja ein Impuls ist, ein Reflex, den viele haben. Ah, Wochenende, Wanderung, fahren wir mit dem Auto auf den Wanderparkplatz, wandern wir los. Was kann man da noch reinbringen oder wie einfach, wie schwer ist es manchmal dann doch zu sagen, ich versuche es mal anders. Manchmal ist es schwer, aber Probleme sind ja dafür da, sie zu lösen. Also prinzipiell ist mir das Thema sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Ich bin auch so groß geworden, meine Eltern hatten beide keinen Führerschein, ich habe auch keinen Führerschein gemacht, erst vor zwölf Jahren hier im Saarland. Also 45 Jahre lang ohne Führerschein und die ersten Wanderungen für meine Wanderbücher, auch in Deutschland, habe ich alle oben im Zug gemacht. Oder ich meine, wenn man die ganze Kohle für ein Auto, Steuern, Versicherung und so weiter spart, von Benzin gar nicht zu reden, dann ist das auch kein Problem in der ländlichen Region, sich ein bisschen zu informieren, was ist denn der Taxiruf und dann zahlt man halt mal 60, 70 Euro für eine Taxifahrt zum nächsten Bahnhof. Also das ist übers Jahr, ist das, weiß Gott, nicht teurer als ein Auto. Ich muss ehrlich sagen, als ich dann den Führerschein gemacht hatte, weil der im Saarland natürlich schon ein bisschen praktischer ist, als wenn man in Köln wohnt, da bin ich dann auch ein bisschen faul geworden erstmal und habe dann doch einige Wanderdestinationen mit dem Auto angesteuert. Das fahre ich aber in den letzten Jahren konsequent zurück, weil, ja, also Wandern gilt so als, gerade Wandern in Deutschland, klimafreundlich, ich steige nicht ins Flugzeug für den Urlaub, total nachhaltig, aber Wandern ist nicht per se nachhaltig. Also wenn man da weiterhin mit dem Auto anfährt, dann ist das auch nicht so dolle, dann bleiben wir lieber zu Hause, ne, wenn man irgendwie was fürs Klima machen will. Ne, da sollte man schon mit der Bahn fahren und deswegen, also freue ich mich wie ein kleines Kind auf das 49-Euro-Ticket, ja. Bisher hat sich hier halt eine Wochenkarte im Saarland für mich nicht gelohnt, das heißt, ich bin jetzt nicht einer, der da irgendwie quasi abgegradet wird, ne, vorher 129 Euro für ein Monatsticket und jetzt da aber für 49, alles hart. Sondern ich hatte vorher einfach keins, ich bin halt diesbezüglich Neukunde, obwohl ich immer viel mit der Bahn gefahren bin. Und das finde ich eine richtig geile Idee. Da sollte man auch sich ein bisschen drauf einlassen, finde ich. Und habe jetzt auch viele, viele, viele Recherche-Touren, die ich wahrscheinlich normalerweise mit dem Auto gemacht hätte, habe ich alles auf Bahn umgeplant. Und das geht selbst bei längeren Strecken, ja. Also natürlich muss man eine halbe Stunde lang mehr einrechnen, bevor man dann in Stuttgart ist, von mir aus. Aber das geht. Und man muss auch dazu sagen, also vielleicht für Leute, die ein bisschen Angst haben vor dem Zug, ah, weil die böse Bahn, die kommt ja immer zu spät. Also erstens mal, das ist was Quatsch. Also es kommen immer noch mehr Züge pünktlich als unpünktlich. Und zweitens mal, doch erstaunlicherweise fahren die Nahverkehrszüge, die Regionalexpresse, die Regionalbahn, die S-Bahn doch viel, viel pünktlicher als die Fernzüge. Das ist ja genau der Punkt, warum man dann mit dem Fernzug irgendwo in Buxtehude ankommt und dann ist einfach der Regionalzug schon weggefahren, weil der ist pünktlich weggefahren und der kommt auch pünktlich an. Also wenn man das ein bisschen umstellt, also da war ich direkt an dem Montag, als da der Vorverkaufsstart war, war ich dabei und habe das auch schon als Ticket auf meinem Smartphone und ja, nächste Woche geht es los, dann ist Mai. Yes. Ja, führt glaube ich bei vielen auch nochmal dazu, dass sie neu auf die eigene Region gucken. Ich erinnere das, als wir diese Testzeit hatten mit dem 9-Euro-Ticket, dass da viele gesagt haben, wo komme ich denn damit hin und was gibt es denn da in diesem Radius? Ja und auch in den Nachbarregionen, das ist ja eben, also diese, was weiß ich, ich weiß nicht, ob es drei oder sechs, also eine wahnsinnige Millionenanzahl von Deutschen sind ja schon regelmäßige ÖPNV-Nutzer. Die haben ihre Wochen- und Monatskarten und Jahreskarten, aber die waren natürlich bisher immer auf ihren Verkehrsverbund beschränkt. Und wenn ich jetzt meinetwegen, also nehme ich immer meinen Verkehrsverbund meiner Heimatstadt, Köln, das ist VHS, Verkehrsverbund Rhein-Sieg, da war, ist mehr oder weniger südlich von Bonn irgendwann Schluss. Also in die sehr, sehr geilen Wanderdestinationen an Rhein, Mosel, Ahr, Lahn komme ich gar nicht. Das ist nämlich Verkehrsverbund Rhein-Mosel, VRM. So, jetzt mit dem 49-Euro-Ticket, wenn ich das habe und meine alte Monatskarte ist ja dahin umgewandelt, ja, fahre ich halt die Station weiter, muss kein Anschluss-Ticket kaufen, muss kein neues Ticket kaufen, kenne mich da in dem anderen Verkehrsverbund nicht aus, nix. Ich setze mich einfach hin und fahre an die geilsten Wanderdestinationen. Und wo die sind, das erfährt man natürlich immer beim Antrag. Das ist deine Erfahrung jetzt aus dem Fernsehen. Und von all den anderen Sachen, die du machst, hast du schön abgebunden. Ich wünsche dir viel Freude mit dem 49-Euro-Ticket, ein tolles Wanderjahr. Und danke dir herzlich, dass du da warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr Manuel auf seiner Lesetour besuchen möchtet oder grundsätzlich mehr über ihn erfahren wollt, schaut gerne auf seiner Website vorbei unter manuel-andrag.de. Diesen Link werdet ihr natürlich auch im Newsletter zu diesem Podcast finden. Dieser Newsletter erscheint immer am Sonntag und enthält weiterführende Links und Infos zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge. Darüber hinaus noch persönliche Empfehlungen von mir. Und wenn ihr diesen Newsletter noch nicht bekommt, dann abonniert ihn gerne unter christophförster.com. Habt eine gute Zeit da draußen, bildet euch und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein, denn da gibt es eine neue Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin hier für dich. Ich bin hier für dich.